Wir schauen uns heute mal die etwas verrücktere Seite von YouTube an. Dafür hat meine Kollegin Catherine mal ein bisschen recherchiert. Top 10 heute, 10 echt schräge Internetvideos. Wir starten wie immer mit Nummer 10, sitzen und lächeln. Benjamin Bennett, könnt ihr mal nachschauen, ist ein YouTuber mit 149.528 Abonnenten und 281 Videos auf seinem Channel. Er uploadet inzwischen seit drei Jahren, doch im Prinzip sind all seine Videos gleich. Immerzu sitzt er und starrt einen direkt an. Und das bei jedem Video für etwa vier Stunden. In einem Video wird es tatsächlich ein bisschen ekelhaft. Und in einem Video grinst und starrt er unbekümmert weiter, obwohl gerade Leute bei ihm einbrechen. In einem Interview verrät er, dass er auch nicht genau wisse, warum er diese Videos machen würde. Klar ist jedoch, dass es den Zuschauern nach einer Weile wahnsinnig machen kann, von Benjamin die ganze Zeit angeglotzt zu werden. Nummer 9, Suppe im weißen Raum. Blank Room Soup.avi tauchte zum ersten Mal 2014 auf. Das Video zeigt einen unbekannten Mann, wie er weint und gleichzeitig mit einem großen Löffel Suppe isst. Dabei leisten ihm zwei kostümierte Figuren Gesellschaft, die ihn offensichtlich probieren zu trösten. Es stellt sich heraus, dass die Kostüme zu einem Performer gehören, der sich Raymond Percy nennt. Er nutzt sie in seinen Ray-Ray-Sketchen. Doch Percy erklärte gegenüber YouTuber Rainbot, dass seine Kostüme geklaut worden seien. Daraufhin hätte er das Video gar per E-Mail zugeschickt bekommen, ohne jegliche weiteren Informationen. Wer dahinter steckt, konnte man bisher nicht herausfinden. Auch weiß man nicht, was genau sich in der Suppenschüssel befindet. Manche vermuten sogar, dass es sich dabei um menschliche Überreste handeln könnte und das Video seinen Ursprung aus dem Dark Web hat. Doch das bleibt unklar. Ja, nicht, dass es am Ende Percy selber war. Wir sehen, das Gesicht ist zensiert. Das ist mir viel zu traurig. Wir machen weiter mit acht. Der Max-Headroom-Vorfall. Der Max-Headroom-Vorfall trug sich im Jahre 1987 zu. Dabei wurde der Chicagoer TV-Sender WGN gleich zweimal gehackt. Einmal während eines Football-Spiels und einmal noch während der Ausstrahlung einer Doctor Who-Episode. Das Video, das dabei ausgestrahlt wurde, ist wirklich bizarr und unverständlich. Die Zuschauer sahen damals einen Mann, der eine Maske des britischen TV-Charakters Max-Headroom trug. Er schrie merkwürdige Dinge wie übersetzt Schnapp dir die Welle, oder mein Bruder trägt den anderen Handschuh. Dann konnte man sehen, wie der gleiche Mann von einer Frau geschlagen wurde, die ein Dienstmädchen-Outfit trug. 30 Jahre sind seit dem Vorfall vergangen und noch immer weiß niemand, wer dafür verantwortlich war. Um so etwas in den 80ern durchzuziehen, brauchte man extrem teures Equipment und ordentliche Sendeleistung. Und dann stellt sich die Frage, warum? War es harmloses Trolling oder steckt etwas viel Unheimlicheres dahinter? Okay, genug von der Grinse-Maske. Wir gehen zur Nummer 7, meine Schwester. Also nicht meine Schwester. Das Video mit dem Titel My Sister wurde 2011 auf YouTube hochgeladen. Dort sieht man eine Frau, wie sie unterschiedliche Outfits vor der Kamera ausprobiert. Das Video fühlt sich direkt sehr merkwürdig an, da die Frau direkt in die Kamera starrt und dabei so komisch grinst, ohne mit der Wimper zu zucken. Doch erreicht man die erste Minute, wird es unheimlich. Die Frau nähert sich wieder der Kamera und entfährt eine Maske, die sie anscheinend zuvor anhatte. Jetzt sieht man ihr wahres Gesicht. Anschließend sieht man die Frau, wie sie unterschiedliche Sachen isst. Auch hier schaut sie wieder in die Kamera und zieht an ihrer Gesichtshaut. Anscheinend trägt sie noch eine weitere Maske drunter. Doch bevor wir das erfahren, endet das Video abrupt. Der Channel, auf dem das Video hochgeladen wurde, ist eigentlich ein Gaming-Channel. So fällt die Sache hier ziemlich aus dem Rahmen. Und bisher gibt es auch hier keine Erklärungen für dieses unheimliche Video. Nummer 6, Hexe gesichtet. 2014 wurde auf YouTube ein merkwürdiges Video veröffentlicht, in dem eine bucklige Person zu sehen ist, die einem Auto hinterherjagt. Das Video haben bereits Millionen Menschen gesehen, doch das ursprünglich hochgeladene Originalvideo wurde bereits entfernt. Die Person scheint eine alte Frau mit Krückstock zu sein, doch sie bewegt sich überraschend schnell und macht Geräusche, die sich wirklich nicht menschlich anhören. So glauben viele Zuschauer, das Video sei der Beweis für etwas Übernatürliches. Hier könnte wirklich Hexerei im Spiel gewesen sein. Andere vermuten wiederum, das Video ist ein Fake. Doch die Angst der Verfolgten wirkt auf jeden Fall unglaublich real. So bleibt es fraglich. Auf jeden Fall sprechen die von der Hexe verfolgten Arabisch. Und Saudi-Arabien wäre ein Land, in dem Hexerei immer noch unter Todesstrafe steht. Also wenn das Ganze ein Scherz sein sollte, so wäre dieser für die Beteiligten, sollten sie aus Saudi-Arabien sein, ein ganz schön gefährlicher. Wo auch immer das Video herkommt und was auch immer es darstellt, es ist auf jeden Fall ganz schön creepy. Nummer 5, Grabraub für Dummies. Das Video Grave Robin for Morons tauchte 2014 auf YouTube auf. Hier sieht man zwei Typen, die bis ins Detail erklären, wie man ein Grab raubt. Viele glauben, das Video ist ein Fake. Auf jeden Fall lässt die Bildqualität und die 26 Minuten Laufzeit vermuten, dass das Video schon lange vor YouTube existiert haben muss und zu einer Zeit gedreht wurde, wo Prank-Videos und ähnliches noch nicht so verbreitet waren. In dem Video sieht man zwei junge Leute, die etwas in der Hand halten, das aussieht wie ein echter menschlicher Schädel. Dabei demonstrieren sie, wie man Knochen entfernt. Der eine scheint Blut an seinem Gesicht zu haben, verhält sich bergwürdig und stottert. Auf einer Website wird diskutiert, wer die jungen Leute sind und ob sie wirklich Grabräuber sind. Doch bis heute sind Ursprung und Bedeutung dieses Videos unbekannt. Die Nummer 4, Deeper. Auf dem YouTube-Channel Deeper gibt es 35 rätselhafte Videos und man fragt sich, was steckt dahinter. Alle paar Monate gibt es was Neues aus einem merkwürdigen dunklen Haus, abgelegenen Waldgebieten, dazu unheimliche, verzerrte Musik. In einigen Videos erscheinen am Ende mysteriöse Codes. Knackt man sie, führen sie einen zu ungelösten Mordfällen. Das Video mit dem Titel D29UZGVYZNVS ist besonders unheimlich. Hier sieht man die Füße von jemandem, der möglicherweise in einer Blutpfütze steht. Dann sieht man merkwürdige Chemiefässer, die wackeln. Das aktuellste Video wurde am 2. Dezember 2017 veröffentlicht. Doch der Macher des Videos ist immer noch unbekannt. Einige vermuten, es handelt sich um eine Art Horrorrätsel, das der Zuschauer lösen soll. Andere glauben, dass dieser merkwürdige YouTuber tatsächlich ein Serienmörder ist. Nummer 3, Lisa Holm. Am 24. Mai 2015 erschien auf dem YouTube-Channel Lisa Holm ein Video, das einfach nur den Titel 13 trug. Das Video bekam keine wirkliche Aufmerksamkeit. Es beinhaltete lediglich einen 10-sekündigen Ausschnitt von einem 1-Minuten-Countdown. Anscheinend zu wenig, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Bis ein Mädchen aus Schweden verschwand, die ausgerechnet den Namen trug, den der YouTube-Channel hatte. Lisa Holm. Sie verschwand exakt 13 Tage, nachdem das Video mit dem Titel 13 veröffentlicht wurde. So kam die Vermutung auf, dass jemand es auf YouTube hochlut, der etwas mit dem Verschwinden von Lisa zu tun gehabt haben könnte. Fünf Tage später fand man Lisas Körper. DNA-Analysen führten zu einer Verhaftung und einem Prozess. Das Video wurde in der Gerichtsverhandlung jedoch nicht behandelt. Und so bleibt es unklar, wer es auf YouTube postete. Nummer 2, Eliza Lam. 2013. Hotelgäste des Hotels Cecil in Los Angeles beschwerten sich über Geschmack und Farbe des Leitungswassers. Dann stellt sich Unglaubliches heraus. In einem der Wassertanks des Hotels befand sich eine tote Frau. Die Polizei ging zunächst von Fremdeinwirkung aus. Auf jeden Fall ergab die Autopsie, dass sie ertrank. Man wertete auch das Material der Überwachungskameras aus. Die letzten Bilder von Eliza zeigten sie im Hotelaufzug. Es scheint so, als würde sie Verstecken spielen. Dann wirkt sie auf einmal wirklich verängstigt. Aber niemals sieht man eine zweite Person. Das Video wurde bereits millionenfach angesehen. Und es gibt endlos viele Theorien, wie Eliza Lam letztendlich in den Wassertank gelandet sein könnte. Viele vermuten, man sieht in dem Video, wie sie versucht, sich vor jemandem zu verstecken, der sie verfolgt. Andere sind eher der Meinung, dass sie unter Halluzinationen litt, die sie in den Selbstmord trieben. Oder wurden wir etwa Zeuge von etwas Übernatürlichem? Die Wahrheit bleibt bisher verborgen. Und die Nummer 1, Mr. 112 Dirtbag. Am 9. Februar 2004 wurde die 21-jährige College-Studentin Maura Murray als vermisst gemeldet. Zunächst entschuldigte sie sich, sie habe einen Notfall in der Familie gehabt. Doch das stellte sich später als Lüge heraus. Man fand ihr verunglücktes Auto am Highway 112 in New Hampshire. In einem Interview sagt ihr Vater, dass wer auch immer ihr Maura genommen hätte, ein Dirtbag, also ein Drecksack sei. Als dann einige Jahre später der YouTube-Channel Mr. 112 Dirtbag erstellt wurde, nahm die Angelegenheit eine unheimliche Wende. Ein alter Mann schaut in einem der Videos auf dem Channel in die Kamera und lachte hysterisch. Dann hört er auf und zwinkert noch am Ende. Das Video wurde exakt 8 Jahre nach Mauras Verschwinden veröffentlicht und endet mit dem Schriftzug Alles Gute zum Jahrestag. So glauben viele, dass in dem Video der Killer von Maura zu sehen sei. Auf dem Channel wurden weitere Videos veröffentlicht, die weitere Hinweise zu dem Fall lieferten. Die Polizei identifizierte sogar den Mann in dem Video als Alden House Olsen. Doch es war bisher nicht möglich, ihm irgendetwas bezüglich des Verschwindens von Maura nachzuweisen. Ja, das sind wahrhaftig unheimliche Fälle, oder? Schaut euch unbedingt nur noch die folgenden Videos an. Da gibt's einmal 10 ungelöste Rätsel des Internets mit Computerin. Und dann eben die 10 gruseligsten Websites. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen!